Am Anfang gebe ich wirklich jedem den Tipp, macht nicht irgendwelche megamäßigen Strategien. Wenn ihr Townhall 3, Townhall 4, Townhall 5 seid, haut Kobis rein, fertig. Ihr müsst da nicht irgendeine Strategie beachten. Hallo Leute, hier sind wir wieder. Weiter geht's mit epischen Angriffen und ich möchte euch dieses fette Ding vom Elia nicht vorenthalten. Los geht's. Bitte Klappe und Action. Also ich würde sagen, draußen richtig viel und drinnen gar nichts. Also ich würde wirklich sagen, naja, im Dunkeln müsste was sein. Aber ansonsten wirklich sehen die Lager richtig leer aus. Ich bin echt gespannt. Also er probiert jetzt erst mal hier so vorsichtig ranzugehen, wo irgendwo was sein könnte. Ich bin richtig gespannt. So mega viel Troops hat er nicht. Beziehungsweise andersrum. Er hat eben halt Riesen- und eben auch Mauerbrecher. Die nehmen natürlich auch ein bisschen was an Truppenplatz weg. Wir haben 3K-Dunkles. Ihr wisst selber, ich schiele immer so ein bisschen aufs Dunkle. Ganz klarer Fall. Weil ich halt eben so heldengeil bin momentan. Dass ich die halt hochmache. Jetzt haben wir schon 300K-LX. Nice. Auf jeden Fall. Und dann unten. Ah, das... Ich glaube auch... Was hätte ich gemacht? Ich glaube, ich hätte den Rest erst mal hier investiert. Obwohl die, die draußen sind, die sind natürlich auch nice und schnell zu picken. Logischerweise. Ah, da bin ich gespannt. Also... Boogies hat dann... Ja, genau. Genau. So eine Sache hier. Und eben wirklich das Dunkle klar machen. Aber so grundsätzlich ist das schon mega geil. Ah, und dann noch von unten rein. Okay, ich hätte dann wirklich die bestehenden noch mehr ausgenutzt. Jetzt haben wir aber noch die Queen. Ja, okay. Und da hast du dir halt gesagt, gut, okay, komm. Drauf und fertig. Ganz genau. Damit kann man richtig was erreichen. Richtig coole Nummer. Und wie gesagt, solche Dinger wollen wir sehen. Genau solche. Gucken wir mal. Fürs Rathaus vollkommen richtig. Klar, es ist nur Bartsch, deswegen auf zwei. Aber vollkommen richtig cooles Ding. Und wir haben eben wirklich doch weit über 200K von beidem gehabt. Von daher ist das dann wirklich auch cooles Ding. Weil wenn man wirklich so sagt, so, was weiß ich, 150 von beidem. Naja, das ist wie gesagt ein normaler Angriff. Dafür holt man halt nichts raus. 900K. Sehr geil. Und... Ich guck mal gerade. Ich guck mal gerade. Und er macht's noch schön mit Go Wipe. Er hat nur einen Golem und auch nur einen Pekka. Reicht aber bei der Base auf jeden Fall. Weil wir eine relativ schwache... Also nicht eine relativ... Wir haben eine sehr schwache Rathaus 8 Base. Ich quatsch nicht so viel. Ich will natürlich auch das Video starten. Ne, aber wie gesagt, wir haben hier wirklich eine richtig schwache Town Hall 8 Base. Und da kann man natürlich mit den Schubs schon richtig was ruppen. Aber warum geht er von da rein? Ich hätte wirklich gesagt, erst mal hier das Alex klar machen. Aber mal gucken. Mal sehen. Also wie gesagt, der Golem kann hier richtig was reißen. Auch wenn er erst auf 1 ist. Und mit dem Pekka kriegt man auch was gerubbt. Also von daher läuft das. Ich denke mal, er hat's eben auch noch aufs Dunkelelex hier abgesehen. Weil sonst hätte man sich das draußen einfach so easy ziehen können. Bin ich jetzt echt mal gespannt. Yeah, geil. Schön das dunkle Lager kalt gemacht. Und dann eventuell noch den Bohrer. Das wär richtig sweet. Mal schauen. Also wie gesagt, die Riesen halten hier einiges aus. Weil wie gesagt, hier ist nicht so wirklich viel Damage in dem Bereich. Also da passt das ganz locker. Und wenn wir auch die Zeit sehen, dann sehen wir hier richtig, dass das ohne Probleme laufen sollte. Hier. Geil. Deathgebäude in dem Bereich komplett weg. Und dann kommen die Magier natürlich hier. Guckt mal. Dann kommen die Magier und haben komplett richtig, richtig easy Spiel. Und können das da machen. Wie gesagt, dann reichen auch zwei so eine kleinen Popeligen. Ich meine, sie sind ja immerhin schon Level 4. Aber da reichen zwei Magier dann ohne Probleme. Weil sie können nicht mehr irgendwie gekillt werden. Richtig geiles Ding vom Yoni. Aber ich bin der Meinung, den Yoni hatte ich schon öfter mal in einem Video. Und das lief immer relativ gut bei ihm. Ich bin der Meinung, das ist auch so ein kleiner Name für Qualität. Also von daher, vielen Dank für die Einsendung von deinem Video. Das ist mega geil. Und hier guckt, ihr seht selber, der Golem hat sogar ausgehalten, obwohl er nur Level 1 war. Aber er hat genau das gemacht, was er machen sollte. Er hat ordentlich gedefft. Und das passt. Da sind wir dabei. Das ist prima. Am Anfang gebe ich wirklich jedem den Tipp, macht nicht irgendwelche megamäßigen Strategien. Wenn ihr Townhall 3, Townhall 4, Townhall 5 seid, haut Kobis rein fertig. Ihr müsst da nicht irgendeine Strategie beachten. Ihr sucht ein bisschen was, dass er einen halbwegs inaktiven Gegner findet. Und dann nehmt er den auseinander und gut ist. Also da nicht wer weiß wie, oh ich könnte ja, wenn ich jetzt die Riesen benehme oder wenn ich jetzt die Loons nehme. Nein. Einfach Kobis kommt da am schnellsten hoch. Ist meine Meinung. Ihr gebt ganz wenig Alex aus und das war's. So, der läuft hier auch schon richtig nice. Und wir haben noch ein 6er und eine 5er Queen. Hier würde ich auf jeden Fall gerne den Bora sehen. Und den würde ich auch gerne noch sehen. Bloß der ist leichter als der. Aber mal gucken, wie der Justin das hier regelt. Was haltet ihr überhaupt von dem... Klar, jetzt müssen alle Kevins weghören, klar. Aber was haltet ihr davon, dass dieses Jugendwort, was ja eigentlich als Alpha Kevin sozusagen laut, ja, laut Rating eigentlich rausgekommen wäre, dass das gesperrt wurde, weil es ist ja diskriminierend. Also ich hab mir das dann im Radio angehört und ging halt einfach darum, ja, Alpha Kevin ist halt eine Diskriminierung für den Namen Kevin halt. Klar, ich meine, wenn ich Kevin heiße, ist das, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das auch schon immer direkt ins Gesicht. Das verstehe ich schon irgendwo. Aber eben, was ist denn mit Hans, guck in die Luft. Oder was weiß ich. Also da gibt's ja tausend Sachen. Warum wurden die Helden hier nicht gedroppt? Justin, was geht hier? Also hier hätte ich definitiv die Helden noch gezückt. Und dann gesagt, gut, okay, komm, ein bisschen Dunkles gönne ich mir noch. So wär's bei mir gewesen. Mal gucken, was weitergeht. Läuft bei mir ganz falsch geschrieben. Bitte nochmal nice. Herzlichen Dank für diese Base. Und jetzt schön nur Mauerbrecher. Nee, also das wär natürlich ne coole Nummer. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Vom Porticus. Geiles Ding auf jeden Fall. Aber ganz ehrlich, wenn ich Townhall 7 bin, richtig? Wenn ich Townhall 7 bin, dann habe ich das doch mittlerweile begriffen, dass mein Gegner, wenn er mich zu 50% komplett hittet, sag ich mal, dass ich dann auch verloren habe. Aber das sollte eigentlich so dann schon im Kopf drin sein. Aber gut, manch einer versteht's nicht. Oder er hat halt wirklich irgendwie eine Challenge verloren, dass er hier jetzt ordentlich dran glauben muss. Kann natürlich auch sein, klar. Aber Porticus hat das vollkommen richtig gemacht. Hat die Chance genutzt. Hat sich gesagt, komm, dem ziehen wir die Lederhosen aus. Und dann machen wir noch die 50%. Aber wie gesagt, bei solch einem Loot wären mir auch die 50% egal. Wir befinden uns in Silber 2. Da ist alles dabei. Und dann ist das gut. Einwandfrei. Das soll's schon gewesen sein. Na, seht da. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Und ihr haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.